Und mit Scheiße meine ich nicht Scheiße an der Wand, sondern Scheiße in die Kürze, Profitdenkende, Manager, Investorin oder wer auch immer der Verantwortliche ist, weil es will ja gar keine Verantwortung tragen. Ich bin sehr, 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 sehr müde. So müde, dass ich heulen könnte wie ein kleines Mädchen, obwohl ich weiß, dass alles okay wird.